Er schloss die Türe auf und trat ins Zimmer des Lebens. Er war erwachsen geworden und betrachtete jeden Zentimeter seines Alters im Spiegel. Das ist es, sagte er, dann stieg er durch das Fenster, durch das Fenster ins Freie, weil er sich an den Vogelkäfig, an den Vogelkäfig seiner Kindheit erinnerte. Und der Tat schön war!